Der PowerBully ist ein Fahrzeug für besonders anspruchsvolle Einsätze außerhalb des Schnees. PowerBully sind Kettenfahrzeuge mit hoher Nutzlast für vielseitige Anwendungen. Als Gelände- und Trägerfahrzeuge sind sie die perfekte mobile Plattform für Bohraufbauten, Kräne, Hebebühnen, Knickarmkräne und Löffelbagger. Die Einsatzbereiche umfassen die Wartung von Gas- und Ölpipelines, Strom- und Telefonleitungen, Brandschutz, Bodenuntersuchungen oder Mulcharbeiten, um nur einige der Einsatzmöglichkeiten zu nennen. Die Einsatzbereiche umfassen die Wartung von Gas- und Telefonleitungen, um die Wartung von Gas- und Telefonleitungen, um die Wartung von Gas- und Telefonleitungen zu nennen.